Lasst uns doch mal über eine Serie sprechen, die aktuell auf Netflix sehr beliebt ist und damit geht es hier jetzt um The Watcher. Im Vorort Westfield in New Jersey haben Nora Brannock und Dean Brannock ihren Traum von einem Eigenheim wahr werden lassen. Das kostete sie aber wirklich alles, was sie besaßen, denn für über 3 Millionen Dollar haben sie ein großes, charakteristisches, sowie wirklich sehr schönes Haus samt beeindruckendem Grundstück erworben. Zunächst scheint auch alles gut zu sein, aber es dauert nicht lange, bis merkwürdige Dinge geschehen. Auf einmal steht ein geistig verwirrter Mann in der Küche, die Nachbarn betreten unerlaubtes Grundstück und werden aggressiv, wenn man sie darauf anspricht. Im Country Club scheint ebenfalls die Stimmung zu kippen und plötzlich tauchen sehr merkwürdige Briefe auf, die von einer Person stammen, die sich der Watcher nennt. Mit einer Ode an das Haus beschreibt der Watcher darin seine Liebe zum neuen Zuhause der Brannocks, dass er sie beobachten werde und sie keine Ahnung hätten, wer er sei. Dass dabei kein schönes Familiengefühl mehr aufkommen kann, ist klar und langsam, aber sicher zieht sich die Schlinge des Wahnsinns zusammen. The Watcher hat sieben Episoden, die zwischen 44 und 52 Minuten lang sind, hat eine Netflix-Altersfreigabeempfehlung von 16 Jahren und ist dort seit dem 13. Oktober 2022 anschaubar. Da ist Mystery, Thriller, Crime, Schrägstrich, True Crime, denn diese Serie beruht auf den wahren Erlebnissen von Derek und Mariah Brothers, die drei Tage, nachdem sie in ihr Haus gezogen sind, den ersten Brief bekommen haben im Jahr 2014. Im Gegensatz zu damals wurden sie aber vorab informiert und konnten auch punktuell etwas Einfluss nehmen auf die Art und Weise, wie sie dargestellt werden bzw. die Geschichte hier aufgezogen wird und ist, wie gesagt, auf Netflix anschaubar. The Watcher ist so eine typische Serie, oder was heißt typisch? So eine, wo man sich fragt, okay, wer ist es gewesen? Who done it? Denn sobald die Branocks einziehen und dieses Haus ist wirklich schön, hat einen tollen Charakter und ein schönes Ambiente, sicherlich eine ganz eigene Geschichte, ist es vor allem das Verhalten der Nachbarn ringsherum, die einen Anspruch darauf hegen, dieses Grundstück, egal wer der neue Besitzer ist, so zu verwenden, wie man es vorher benutzt hat und sei es auch nur der Rucola, der durch den Zaun hinüberwächst auf die andere Seite des Grundstücks, weil man es schon viele Jahrzehnte und auch bei anderen Besitzern so gemacht hat, bis hin zu Menschen, die einfach dastehen und gucken, wo man immer wieder denkt, okay, das fühlt sich einfach sehr unangenehm an. In diesem Umfeld, in dieser Atmosphäre zu sein. Und wenn dann aber direkt eingedrungen wird in das Haus und es gleichzeitig aber auch plausible Hintergründe gibt, wie es dazu kommen konnte, ändert das ja nichts daran, dass man ein eigenes Gefühl von einem sicheren, geborgenen Ort, einem Zuhause, einem Nest für die Familie so nicht mehr aufrechterhalten kann. Und wenn es dann wirklich sehr violated, also darin eingedrungen wird, in den Briefe auftauchen, in dem einem gedroht wird, dass jeden Tag auch hunderte Autos an diesem Haus vorbeifahren und in irgendeinem dieser Autos könnte man sitzen und gucken und dann auf einmal Menschen auftauchen, bei denen man überhaupt nicht mehr verstehen kann, wie sind sie irgendwie in das Haus gelangt, dann ist das natürlich wahnsinnig gruselig. Das spielt natürlich auch mit unseren Ängsten, dass wenn wir zu Hause in unserer Wohnung, unserem Haus oder wo auch immer wissen, das ist unser sicherer Ort, hier können wir sein, wer wir sind, hier wissen wir, wo jedes bisschen an seinem richtigen Platz und Fleck ist und auf einmal jemand Fremdes darin rumwühlt oder darin existiert, dann ist es ganz schnell hin mit einem Seelenfrieden und vor allem auch einem Ort, in dem man zur Ruhe kommt, in dem man sich erholen kann, in dem man lieben und geliebt werden kann, in dem man schlichtweg sein Zuhause hat und auf diesem Entziehen dieses Gefühls beruht The Watcher ein Stück weit und dann die Frage bei all diesen Motiven, die aufgemacht wird, wer steckt denn nun eigentlich dahinter, dass das Ganze auch noch eine wahre Basis hat, ist natürlich genauso grausig und niemand möchte natürlich so etwas erleben. Und so schaut sich The Watcher eben über dieser mysteriösen Stimmung die ganze Zeit zwar relativ behäbig, weil es schon irgendwie dauert, bis in dieser Handlung wirklich mal was passiert, dann verfolgen wir den einen Pfad, dann verfolgen wir den nächsten Pfad dieser neuen Ryan Murphy Serie und am Ende ist es nicht unbedingt befriedigend, wo wir angelangen, aber dennoch habe ich sie irgendwie okay gern geschaut, trotz ihrer zähen Momente. Das liegt aber vor allem auch an den verschiedenen Figuren und der Skurrilität, die da mit einhergeht. Drehen wir über die beiden Hauptdarsteller mal ganz kurz, Naomi Watts als Nora Branagh, sehe ich immer wirklich sehr gerne. Ihr Spiel wird hier leider zu stark natürlich durch A, die Handlungen geprägt und vor allem die Figuren ringsherum, durch die sie auch ein Stück weit in die Enge getrieben wird und auch gegenüber Bobby Cannavale an ihrer Seite als Dean Branagh, der deutlich mehr Screentime bekommt, der auch je länger die Serie wird, mehr Kraft, größere Reaktion auf sich immer mehr verdichtenden Druck letztendlich spielt und der mir dann auch immer besser gefällt, ist es vor allem diese Komponente, dass bei mir nicht so richtig rüberschwingen will, dass sie ein Ehepaar sind. Da fehlt mir leider so das Gesamtfamiliengefühl, das wird zwar kurz wie am Anfang mal eingeleitet und angedeutet, aber so richtig die Chemie, dieses Zusammengehören ist für mich etwas, das wird zwar erzählt, aber transportieren möchte ich es sich für mich nicht. Und das ist so ein bisschen eine Basis, die mir dann schon ein bisschen fehlt, weil wenn etwas zerstört wird, muss ich natürlich vorher auch dieses Familienleben ein Stück weit sehen und fühlen. Und natürlich ist es auch immer kritisch, wenn man in einer Ehe dazu neigt, wenn man Schwächen oder wenn Dinge nicht gut laufen, man anfängt sie voneinander zu verheimlichen. Mag eben basierend sein auf wahren Ereignissen, ist dann natürlich aber auch schwierig mit diesen Figuren emotional diesen Schritt zu gehen und vor allem wie weit sie dann auch gehen. Und dementsprechend gibt es auch da Möglichkeiten, Motive und Ansichten, sodass wir dann fleißig mitraten können. Aber es ist vor allem in dieser Gesellschaft ein Country Club, eine Immobilienmaklerin, die irgendwie schon so ein bisschen greift in eine Richtung, die Nachbarn, die darauf beruhen, dass es doch ein Recht gibt aufgrund der vergangenen Zeit, wie man auch mit diesen neuen Nachbarn umgehen kann. Vor allem dieser Druck zu sagen, fügt euch mal der Gesellschaft ein, sonst passt ihr hier einfach nicht hin. Quasi das Aufoktroyieren von Werten und Verhaltensweisen und das Absprechen eines eigenen Seins und individuellen Fähigkeiten, die man auch einfach mitbringen kann, um so zu sein, wie man ist und sich dann selbst zu suchen, von wem man akzeptiert wird und wo das soziale Gefüge an einem neuen Wohnort entstehen kann. Das ist wahrscheinlich diese ganze soziale, spannende Ebene und das ist der Punkt, warum ich am ehesten an Watcher dran geblieben bin, weil je länger die Serie ging, umso schwieriger ist es mir dann tatsächlich gefallen. Rein technisch ist es eine sehr solide Arbeit. Die Kamera arbeitet oft mit langen Einstellungen, verzichtet, wie ich finde, in den meisten Momenten auf irgendwelchen Jumpscares eher. Das Gruselige ist dann oft das Verdichten der Musik und das Arbeiten mit dunklen Bildern, wo so ein Schauer entsteht. Aber im Großen und Ganzen ist es dann doch eher auf Drama gehalten. Viele Reaktionen, lange Einstellungen, sich die Zeit zu nehmen, was in den Gesichtern der Menschen passiert. Somit finde ich es erwartbar, aber solide und damit auch eine fokussierte Kameraführung. Das Szenenbild ist diese Kleinstadt, Westfield, das Haus im Besonderen oder auch ein Ort, an dem man sich trifft, in einem Diner oder bei Behörden, um in diesem Fall voranzukommen oder auch Hilfe von außen zu suchen, ist die Musik, außer wenn sie sich mal verdichtet, auch relativ dosiert gewählt. Also die ist mir immer positiv aufgefallen, dass ich dachte, okay, die dudelt mir hier nicht irgendwas rein, was ich nicht verstehe, was ich nicht sehe in der Serie, sondern hangelt sich schon auch dem entlang, was ich da fühlen soll und durchaus auch führen kann. Kostüm und Make-up, soweit den Figuren angepasst und nichts, das wir jetzt großartig aufarbeiten müssen und die Effekte wirken, auch soweit handgemacht. Sage ich am Ende, ich mag bei The Watcher die Stimmung, ich mag die Figuren und die Ansätze und die Motive und dass ich mich wirklich frage oder mitrate, okay, wer ist es jetzt hier gewesen, zu welchem Punkt man dann kommt, kann natürlich auch überraschend sein. Wer The Watcher gesehen hat, weiß, was ich an der Stelle meine. Der Look ist etwas, wo ich auch sage, ja, sieht für mich soweit solide aus und das ist eben so eine Serie, die ich gerne, ich will nicht sagen dem Beischauer, aber schaue, hingucke und auf mich wirken lassen kann, ohne jetzt gleich in einer großen Schlagzahl zu erwarten, dass das nächste passiert und das nächste passiert. Aber das ist eben auch eine gewisse Zähigkeit, die damit hergeht. Und dadurch wirkt die Serie aber auch, weil sie dann, wenn sie mal neue Ansätze und Blickwinkel wird und dann immer wieder sich dann auch dreht, wirkt sie punktuell auch zukonstruiert, um eben diese Fährten klar aufzumachen und das spürt man. Und da geht ja auch hinten raus so ein bisschen die Puste aus. Nichtsdestotrotz, ich finde sie okay, bis gut. Das heißt bei mir 6,5 von 10 möglichen Punkten insgesamt für The Watcher und das ist oft so ein Bereich bei Serien, wo es dann weder zu schlecht noch zu gut ist, aber da ist es meist am schwierigsten herauszuarbeiten, so geht es mir zumindest immer, was genau ist dann eigentlich jetzt das Problem. Es ist nicht das das Problem an dieser Serie, aber es sind vielmehr auch so die klaren Punkte, wo ich sage, deswegen musst du The Watcher schauen. Ganz, ganz dringend und das merkt man dann eben auch. Dann bin ich am Ende meiner Review zu The Watcher seit 13. Oktober auf Netflix anschaubar und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Serienschauen.